Jeder ist der Größte, alle haben ein Riesenprojekt in der Mache, jeder Idiot hängt am Handy und alle reden nur Scheiße, 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 Scheiße. Habe ich da keinen Bock auf. Mann, ich kann das nicht mehr hören. Das kotzt mich an. Kein Schema von dem hat wirklich passiert, aber rumblöken. Da kriege ich mich überhaupt auf. Muss man ja nicht hingehen auf so eine Scheißparty, ne? Kann man ja rauchen? Klar. Das ist auch so was, ne? Alle hören auf damit. Keine Zigaretten, kein Alkohol, keiner besäuft sich mehr, da habe ich überhaupt keinen Bock auf. Die E-Tipps, ohne Ende. Die Typen nur noch geil auf ihre Jobs und die Frauen legen sich Muskeln zu. Ihr werdet denn da Bock auf? Wir müssen entschuldigen, aber ich habe den ganzen Abend die Klappe gehalten. Ey, kein Problem, nur zu. Wissen Sie, über was ich stundenlang diskutiert habe? Damenbinden. Ja, jetzt sind Sie dran. Wer hat denn da Bock auf? Haben Sie da Bock auf? Welche Binde beim Krafttraining die beste ist? Und die beste heißt trocken. Ich möchte mich trocken fühlen. Ich will trocken sein. Ich will nicht schwitzen. Arschlöcher. Ja, und Joghurt nur noch aus dem Glas, ne? Klar. Weil der schliert nicht so. Der suppt nicht. Hier, das sieht doch gut aus. Hier können Sie mich rauslassen. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt ziehe ich mir eine dicke, fette Currywurst rein. Eine riesen Tüge Pommes, rot-weiß, ein paar Bierchen dazu und da gehe ich eine Runde ficken. Da habe ich Bock auf. Das hört sich gut an. Das ist ein klarer Kopf, Jung. Heilen oben. Hier, stimmt so. Danke. Tschüss.